Der italienische Dichter Dante Alighieri wusste schon, eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funk. Liebe Vereine, wenn der Funke von einem Einzelnen auf viele überspringt, dann ist das die Kraft der Gemeinschaft. Habt ihr ein Herzensprojekt, aber euch fehlt noch die Finanzierung, dann haben wir die Lösung für euch. 99 Funken heißt die Crowdfunding-Initiative der Sparkasse Leipzig. Alle Informationen findet ihr unter www.sparkasse-leipzig.de slash 99 Funken. Wir freuen uns auf eure Projekte.